Hör doch mal nicht, mein Lernen mit Musik Hallo zusammen, ich bin Hans-Jürgen und begrüße euch herzlich zu meiner Podcast-Serie über Lern-Songs. Dazu gibt es auch ein Buch mit dem Titel Coachen, Lehren und Lernen mit Musik. In den Podcast-Episoden 1 bis 3 habe ich Grundlagen und Anwendungen unserer Methode präsentiert. Heute stelle ich euch vor, wie unsere Lern-Song-Methode ankommt und wie sie bewertet wird. Denn jede Methode ist nur dann gut, wenn sie von Lehrenden eingesetzt und von Lernenden gerne angenommen wird. Um herauszufinden, wie unsere Zuhörer-Lern-Songs bewerten, habe ich mich mit ihnen im Web, wie in den sozialen Medien, über ihre Resonanz ausgetauscht. Und das nicht nur bundesweit, sondern auch über die Landesgrenzen unserer deutschsprachigen Nachbarn hinaus. Seit Erscheinen unseres Buchs Coachen, Lehren und Lernen mit Musik habe ich gefragt, wer an einem solchen Gedankenaustausch interessiert ist. Von den vielen motivierenden Rückmeldungen, hier nun Beispiele, gesprochen von den Akteuren unseres Buchs und dieses Podcast über Lern-Songs. Beginnen wir mit Einschätzungen von Studenten zu unserer Methode. Jakob Weber, Schüler und Schülerbildner vom Humboldt-Gymnasium in Potsdam postete, Mein Mathelehrer hat uns in der 8. Klasse mit dem Mathe-Song vom Dorfuchs, einem YouTuber, die binomischen Formeln beigebracht. Ich singe heute noch jedes Mal im Kopf das Lied nach, wenn ich im Unterricht versuche, mich an die Formeln zu erinnern. Was die Wirkung von Musik auf nachhaltige Lernergebnisse angeht, kann ich nur zustimmen. Florian Berg, dualer Student am Berufskolleg Köln in Bergisch Gladbach, ist begeistert und möchte mehr erfahren. Das Thema klingt sehr spannend. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall zulegen, um mich detaillierter in das Thema einzulesen, da ich das Konzept sehr interessant finde. Alexander Radtke, ebenfalls dualer Student, aber an der Hamburg School of Business Administration schrieb, Mir gefällt Ihre Idee und ich freue mich darauf, Lernen mit Musik zeitnah für mich auszuprobieren. Sind auch Pädagogen, sind Lehrerinnen und Lehrer ebenso begeistert? Man könnte annehmen, dass viele sich zurückhaltender äußern. Und in der Tat, das kommt auch vor. Aus der Makromedia Akademie für Marketingkommunikation in Hamburg meldet sich Daniel Ellgut mit den Worten Felix Stingel, Business Process Consultant aus München, weist auf den Aufwand beim Lernen mit Lernsongs hin, sieht aber auch Lösungen und schrieb, Ich finde die Ansätze sehr spannend und sehe auch die Vorteile. Ein Freund von mir behauptet seit langem, dass er sich Liedtexte besser einprägen kann als normale Textinformationen oder Grafiken. Ich kann ihn sehr gut verstehen. Musik kann das Lernen erheblich erleichtern. Ich sehe allerdings eine Herausforderung erst einmal darin, die Lerninhalte überhaupt in Musik zu verpacken. Die Beschränkung auf methodisches Wissen würde die Aufbereitung von Wissen vereinfachen und begrenzen und damit den Aufwand für das, was mit Hilfe von Musik zu erlernen ist, nicht ins Unendliche treiben. Den Aufwand, lieber Herr Stingel, hat jeder Lehrende aber auch selbst in der Hand. Er oder sie entscheidet, wie viele Lernsongs für eine Unterrichtseinheit eingesetzt werden. Aufwand reduzierend wirkt auch, das gesungene Wort auf einführende Botschaften eines Themenkomplexes zu konzentrieren. An Forschungsergebnissen zu unserer Methode ist Stefan Lembke vom Kieler Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur interessiert, denn er fragte, Ist es schon einmal methodisch beforscht worden? Gibt es besonders gut geeignete Einsatzbereiche, Lernthemen oder Altersstufen? Ergebnisse dazu, die wir in unserem Buch aufgeschrieben haben, wurden an Stefan Lembke weitergegeben. Andere Pädagogen waren weniger skeptisch und zeigten sich rundheraus begeistert. Georg Popp, Lehrer für Biologie und Chemie im Raum Würzburg, freut sich über unsere Lernsong-Konzepte ganz besonders. Es ist ein toller Weg, um Lerninhalte an Gefühl und Bewegung zu koppeln. Ich habe großen Respekt vor Ihrem Mut und Ihrer Begeisterung. Gabi Halfer aus Recklinghausen weiß als Sozialpädagogin und Sogestopädin nicht nur, wie viel besser man Texte mit Musik lernt. Diese Methode ist ihr auch sehr vertraut, denn sie bildet Dozentinnen und Dozenten in der Erwachsenenbildung nicht nur aus, sondern präsentiert dort das Thema Musik und Singen sogar als obligatorische Methoden nachhaltiger Seminargestaltung. Sie schrieb, Ich selbst bin zwar keine Musikerin, weiß aber, dass Kollegen und Kolleginnen, die im Unterricht Musik einsetzen, hervorragende Resultate erzielen. Als ich vor vielen Jahren Sekretärinnen ausbildete, habe ich diese Erfahrungen selbst gemacht. Sie haben für ihre Rechtsprüfung bei der IHK damals eine Menge juristisches Wissen lernen müssen. Dafür hatte ich zunächst einen Juristen engagiert. Der hatte ihnen den notwendigen Stoff beim ersten Durchgang ganz klassisch vermittelt. Ergebnis? 24 von 25 Frauen fielen durch. Als ich aber meinen sehr engagierten Musikerfreund um Mithilfe bat und der nach anfänglichem Zögern erst alleine und dann gemeinsam mit den Frauen juristische Kerngedanken in Volksmelodien fasste, lernten sie den Sprödenstoff ziemlich schnell. Durch gemeinsames Singen hatte sich das neue Wissen gut im Gehirn verankert. Das Ergebnis diesmal? Von den 25 Frauen bestanden 24 die Prüfung. Die Online-Journalistin und Lehrerin Serena Stretzi aus dem Raum München stieß ins gleiche Horn. Ich baue auch immer sehr gerne intuitiv lustige Jingles in den Unterricht ein. Über Musik kann man super viel lernen. Ich werde gleich mal reinschnuppern. Sabrina Martes, Partnerin in der Wissens-, Beratungs- und Coaching-Plattform Edukandus für Lehrende, Eltern und Schulen, lässt uns wissen, Als begeisterte Musikerin und langjährige Erzieherin in Kindergärten war das Lernen mit Liedern immer ein Teil meines Alltags. Frank Mertens, Gründer eines Bildungsportals für die nächste Generation Lehrer und Lehrerinnen, will selbst die Initiative ergreifen. Als passionierter Musiker finde ich ihren Ansatz, Lerninhalte in Verbindung mit Musik zu vermitteln, hochinteressant. Deshalb werde ich ihn gern an die Verantwortlichen des von mir gegründeten Bildungsportals Fit4Ref weiterleiten. Vielleicht können wir ihr Thema auf den diversen Social-Media-Kanälen mal vorstellen oder in anderer Weise kooperieren. Die Schulleiterin einer Herforder Grundschule, Teresa Nolte, teilte mit Auf unserem nächsten Regionalverbundtreffen der Musikalischen Grundschule werde ich die Lernsong-Methode vorstellen. Selinas Stremmel, Studentin an der Hochschule für Musik, Theater und Medien, erinnert sich an eigene Erfahrungen. Wenn ich an meine eigene Kindergartenzeit zurückdenke, in der wir Englisch mithilfe von Liedern gelernt haben, kann ich da eigentlich nur zustimmen. Bei mir hat es zumindest funktioniert. Vanessa Henschel, Studentin für mehrsprachige Kommunikation in Köln, stellte fest, Das klingt nach tollen Projekten, denen sie sich widmen. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass Dozierende und Lehrende in meiner schulischen oder akademischen Ausbildung so viel Initiative und Kreativität gezeigt hätten. Ja genau, Vanessa Henschel. Wir haben vor, eine Lanze zu brechen für Lernen mit Musik, und das ein Leben lang. Auch Monika Pamminger ermutigt uns als Lehr- und Forschungskraft an der Fachhochschule für Gesundheitsberufe in Oberösterreich. Ich finde den didaktischen Ansatz sehr interessant. Da ich auch ausgebildete Hypnotherapeutin bin, weiß ich, wie unser Gehirn funktioniert und wie man am besten mit ihm arbeitet. Musik ist etwas Wundervolles und bewirkt etwas in unserem Körper. Wäre ein tolles Forschungsprojekt. Jane Porath, Professorin der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Schwerin, fragt, wie sie zu einem eigenen Lernsong kommt. Ich habe schon davon gehört, dass Vorlesungen ganz oder in Teilen als Lieder oder sogar in Rap-Texten vorgetragen wurden. Für mich wäre es sehr spannend, wie ich da meine eigene Kreativität ankurbeln könnte, um so etwas zu erstellen. Liebe Frau Prof. Porath, dass Sie selbst Lernsongs schreiben und einsetzen möchten, ist wunderbar. Wie man mit Lernsongs umgeht, haben wir in unserem Buch detailliert beschrieben. Wenn Sie nur einen ersten Eindruck erhalten wollen, hören Sie doch mal rein in meinen Podcast Praktischer Umgang mit Lernsongs auf meiner Website www.learnwithmusic.net Gern würde ich erfahren, ob Sie mit dieser Anleitung etwas anfangen können. Grit Verst, Unternehmensentwicklerin aus Frankfurt, findet die Arbeit mit Lernsongs und deren Intentionen ebenfalls interessant, wenn auch für Erwachsene etwas ungewöhnlich. Bei Kindern, insbesondere bei meinen eigenen, habe ich aber immer wieder feststellen können, dass sie mit Liedern viel leichter lernen. Im Umfeld der Erwachsenenbildung kann ich mir das sehr gut beim Erlernen von Sprachen vorstellen. Beim Einsatz anderer Inhalte wäre es interessant, welche das sein könnten und wie die Erwachsenenwelt, insbesondere die männliche Management-Ebene, auf solche Angebote reagiert. Wie positiv auch Manager Lernsongs bewerten, zeigt Tim Draper, ein Venture-Capitalist aus den USA. In gut besuchten Vorträgen unterrichtet er den Umgang mit Geld und mit den Risiken, die so etwas hat. Immer beginnt er mit seinem Lernsong Riskmaster. Dieser Song wurde gerade unter Managern sehr populär, ja geradezu ein Hit. Aber die Lernsong-Methode funktioniert auch anderswo. Im Grunde überall. Darauf verweist Joachim Käber aus Eckenfelden, der in pädagogischen Fragen das Bayerische Rote Kreuz berät. Er stellt den historischen Aspekt von Lernen mit Musik heraus und schrieb Mit Freude habe ich mich auf learnwithmusic.net umgetan. Als Unterrichtender und Hobbymusiker habe ich natürlich einen kurzen gedanklichen Weg zu ihrem Ansatz. Was mir spontan einfiel, war die Wissensbewahrung und Vermittlung in vielen Kulturen, in denen die Schriftlichkeit eine geringere Rolle spielt und in denen die Baden, Griots und wie immer sie genannt werden, nach dem Schema Lernen mit Musik arbeiten. Sehr inspirierend. Unsere Lernsong-Methode haben wir in unserem Buch Coachen, Lehren und Lernen mit Musik ausführlich behandelt. In unserer Podcast-Serie gibt es dazu eine eigene Episode. Manche unserer Zuhörer kannten sich schon. So Florian Asmus, ein Kindheitspädagoge in Riebnitz-Dammgarten in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist an einer sinnvollen und nachhaltigen Vermittlung von Lerninhalten aller Art interessiert und setzt sich zugleich leidenschaftlich gern mit Musik auseinander. Er spielt selbst Klavier und sagt, Das Phänomen, vieles mit Rhythmus und Klang effizient zu lernen, ist mir wohl bekannt. Vielen Dank, dass Sie mich durch die Vernetzung auf Ihre spannende Arbeit und Ihre kreative Methodik aufmerksam gemacht haben. Ich schaue mir mit Freuden die gesendeten Materialien an und werde, denke ich, auch vieles für meine Arbeit mitnehmen können. Ja, liebe Freunde, soweit einige Stimmen zur Lernsong-Methode und zu unserem Buch Coachen, Lehren und Lernen mit Musik. Es sprachen Nikolai Böllefeld, Gernot Brauer, Barbara Andella Leppert, Clive Flynn, Michael Wilkowski und der Autor Hans-Jürgen Bosmeier. Wie wir gehört haben, findet diese Methode nicht nur viel Beifall, sondern motiviert auch zum Mitmachen. Also, lasst uns bei Lehrenden und Lernenden weiter eine Lanze für Sie brechen. Es lohnt sich, mit Lernsongs im Unterricht, bei Seminaren oder Vorträgen Wissen mit viel Spaß noch nachhaltiger zu vermitteln. Weitere Episoden in diesem Podcast geben Antworten auf Fragen, die oft gestellt werden. Und zwar, ob die Lernhilfe Musik neu ist oder schon jahrtausende erfolgreich eingesetzt wird und wie die Unterstützung durch Musik beim lebenslangen Lernen funktioniert. Den Stand abrufbarer und geplanter Episoden aus unserem Podcast findet ihr auf meiner Website www.learnwithmusic.net Vielen Dank für diesmal und bis bald in einem weiteren Podcast zu Coachen, Lieren und Lernen mit Musik. Das gleichnamige Buch könnt ihr beim Verlag Barbara Budrich im Buchhandel oder bei Amazon erwerben. Alles Gute und hoffentlich bis bald. Euer Hans-Jürgen und hoffentlich bis bald in einem und hoffentlich bis bald in einem